Jens Herzer ist Pfarrer der Thüringischen Landeskirche und Professor für Neues Testament. Leben und Wirken In den Jahren von 1984 bis 1989 studierte Herzer Evangelische Theologie in Berlin. Anschließend absolvierte er das Vikariat in Berlin und legte das zweite theologische Examen ab. 1993 schloss er seine Promotion zum Thema Die Paralipomena Jeremias. Studien zu einer Haggadah des frühen Judentums an der Humboldt-Universität Berlin ab, wo er in den folgenden Jahren als Assistent arbeitete. Ebenfalls an der Humboldt-Universität habilitierte Jens Herzer 1997 mit einer Arbeit unter dem Titel Petrus oder Paulus. Studien über das Verhältnis des ersten Petrus-Briefes zur paulinischen Tradition. Sowohl diese Arbeit als auch schon seine Dissertation wurde von Christian Wolf betreut. In den folgenden Jahren lehrte Herzer in Berlin als Privatdozent. 1999 übernahm er eine Professur an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig, wo er in den Jahren 2003 bis 2005 Dekasekundenamt der Studiendekans, 2006 bis 2008 Dekasekunden des Prodekans und 2008 bis 2009 Dekasekunden des Dekans bekleidete. Die Schwerpunkte in der Arbeit von Jens Herzer liegen in der Erforschung des Frühjudentums der paulinischen und katholischen Briefliteratur, der Johannes-Offenbarung und des Markus-Evangeliums. Er ist U. A. Mitherausgeber der Reihe Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament. Ein aktuelles Projekt ist ein Kommentar zu den Pastoralbriefen in dieser Reihe. Schriften Die Paralipomenar Jeremie Studien zu Tradition und Redaktion einer Haggadah des frühen Judentums Moor-Siebeck, Tübingen 1994 ISBN 3-16146307-2 Petrus oder Paulus Studien über das Verhältnis des ersten Petrus-Briefes zur paulinischen Tradition Moor-Siebeck, Tübingen 1998 ISBN 3-16146-8481 4. Baruch Translated with an introduction and commentary Scholas Press Atlanta 2005 ISBN 1-58983-173X Die Ursprünge der kirchlichen Feste Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten und ihre biblischen Grundlagen Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006 ISBN 9783-4380-60341 C. Böttrich J. Herzer, Josephus und das Neue Testament Wechselseitige Wahrnehmungen 2. Internationales Symposium zum Corpus Judeo-Hellenisticum-Novi-Testamenti Moor-Siebeck, Tübingen 2007 ISBN 3-161493680 J. Frei J. Herzer M. Janssen C. K. Rothschild Pseudepigraphie und Verfasserfiktion in frühchristlichen Briefen Moor-Siebeck, Tübingen 2009 Mointer